Laut Mark Gurman und dem Wall Street Journal können wir in iOS 17 einige neue Funktionen in bestehenden Apps, aber auch eine neue App erwarten. Und alles was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in diesem kurzen Video. Sollten dich Videos zu Leaks rund um iOS 17 interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Und wir schauen uns alle aktuellen Leaks rund um iOS 17 direkt nach dem Intro an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir zuallererst mit den Leaks von Mark Gurman und zwar soll sich innerhalb der Wallet App einiges tun. Diese soll überarbeitet werden und sie soll auch neue Funktionen beinhalten. Mit iOS 16 kam ja zum Beispiel hier die Möglichkeit, dass man ganz einfach Lieferungen tracken kann über die Tracking Nummer zum Beispiel von DHL. Wenn man etwas über Apple Pay gekauft hat, funktioniert bisher in Deutschland auch nicht so zuverlässig. Meistens nur, wenn man etwas direkt bei Apple gekauft hat und mit iOS 17 könnten eben weitere neue Funktionen dazukommen oder es könnten auch weitere Karten unterstützt werden. Ich persönlich würde mich zum Beispiel sehr freuen, wenn wir hier einen digitalen Personalausweis hinterlegen könnten und natürlich auch weitere Führerscheine. In den USA funktioniert das ja schon zum Teil und wenn das Ganze ausgeweitet wird und auch in Europa und vor allem dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar wäre, würde mich das auf jeden Fall sehr freuen und ich hoffe, dass wir hier innerhalb der Wallet App auf jeden Fall sehr viele neue Funktionen bekommen, die im Alltag sehr praktisch sein könnten. Außerdem soll es einige neue Funktionen im Woist Netzwerk geben oder natürlich auch hier innerhalb der Woist App, wo man unter anderem natürlich Geräte tracken kann, dann natürlich die AirTags, die ich hier jetzt in diesem Beispiel zeige, aber eben auch Personen und da scheint Apple ebenfalls weiter daran arbeiten zu wollen und diese App zu erweitern und womöglich werden wir dann in Zukunft einige neue Funktionen sehen, aber vielleicht auch neues Zubehör, was man dann eben zum Beispiel mit den AirTags verwenden kann oder auch ganz neue Geräte, die man eben über das Woist Netzwerk tracken kann. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, soll Sideloading mit iOS 17 möglich werden, das heißt ihr habt die Möglichkeit Drittanbieter App Stores zu installieren, das könnte dann hier in den Einstellungen so aussehen und wenn ihr dann entsprechend in diesen Einstellungen seid, habt ihr Zugriff auf verschiedene App Stores, wie zum Beispiel Google Play, Amazon und weitere und von diesen könnt ihr dann natürlich Apps installieren, dabei folgt Apple lediglich einer EU-Richtlinie, natürlich werden sie es so schwer wie möglich machen und hier immer informieren, dass es natürlich auf eigene Gefahr ist, wenn man Apps aus Drittanbieter App Stores installiert und diese Funktion soll laut Mark Gurman vorerst nur in Europa verfügbar sein, da es sich eben um eine EU-Richtlinie handelt und daher nicht in den USA. Da könnte es zukünftig auch noch der Fall sein, da die Regierung dort ähnliches plant, aber vorerst wird das wahrscheinlich nur in der EU so sein, also in Deutschland, Österreich und weiteren Ländern. In der EU wird es möglich sein, Sideloading zu nutzen und damit eben alternative App Stores zu installieren. Laut dem Wall Street Journal soll mit iOS 17 eine neue Tagebuch-App erscheinen und innerhalb dieser habt ihr dann die Möglichkeit, Fotos zu teilen, eure Standorte, Kalendereinträge, Meditation, aber auch eure Gedanken und Gefühle und natürlich auch manuelle Einträge in Form von Text und das Ganze wird dann ausgewertet und soll eben einen guten Überblick über eure Work-Life-Balance und eure mentale Gesundheit bieten. So kann man dann sehen, wie viel haltet ihr euch auf der Arbeit auf, wie viel in eurer Freizeit, wie viel zu Hause, was unternehmt ihr dabei und dann bekommt ihr einen guten Überblick, würde auf jeden Fall sehr gut in Apples Gesundheits-Apps-Strategie passen und daher könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass wir eine derartige App mit iOS 17 sehen werden. Insgesamt auf jeden Fall sehr spannend, was da mit iOS 17 kommen könnte, sowohl die neue App als auch die Überarbeitung in bestehenden Apps und sehr gerne könnt ihr mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben und auch was ihr von iOS 17 erwartet, welche Neuerungen wünscht ihr euch und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu iOS 17 Leaks und natürlich auch zum Release von iOS 17 zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder, bis dahin, macht es gut!